Heute möchte ich Sie auf eine Reise mitnehmen. Eine Reise bis zum eidgenössischen Diplom. Diese Reise beginnt mit dem ersten Schritt der Ausbildung zum Diplomierten Homöopathen oder zur Diplomierten Homöopathin SHI. Die Ausbildung zum Diplomierten Homöopathen Homöopathin SHI ist ein Weg, der aus sechs Modulen besteht, die jeweils mit einem Abschluss zertifiziert werden. Diese Module vermitteln Ihnen die Kompetenz, die Sie benötigen, um das Zertifikat der ODA-AM zu erlangen. Nach Abschluss Ihrer Ausbildung und dem Erwert des Zertifikats ODA-AM können Sie Ihre Praxistätigkeit aufnehmen. Doch die Reise hört hier nicht auf. Sie haben die Möglichkeit, mit einem Mentor an Ihrer Seite zu arbeiten, der Sie auf Ihrem Weg unterstützt. Sie leitet und Ihnen hilft, Ihr volles Potenzial als Homöopath oder Homöopathin zu entfalten. Nach erfolgter vorgeschriebener Praxistätigkeit von zwei bis fünf Jahren und bestanderem Mentorat sind Sie zur eidgenössischen Höhenfachprüfung zugelassen und können diese absolvieren. Und dann haben Sie das Ziel Ihrer Reise erreicht. Sie sind Naturheilpraktiker, Naturheilpraktikerin mit eidgenössischem Diplom in Fachrichtung Homöopathie.